willkommen zu meiner anderen partie und zwar am sonntag habe ich gegen meinen alten club gespielt gegen den hamburgerschachclub für den ich von 2006 bis 2000 wie lange war ich für hamburgersk aktiv 2018 relativ lange wenn man das so sieht auf der anderen seite war ich auch vier jahre im ausland aber ich habe schon viele saison zu den hsk gespielt und jetzt spielte mein club bayern münchen am sonntag gegen hsk und wir sind bei dem abschickskampf und da wir das match am samstag verloren hatten brauchten wir unbedingt einen sieg hier in dem match also ganz ganz wichtiges match für beide seiten wobei der hsk war zwei punkte vor uns in der liste und hier spiele ich gegen frederick zwane der auch schon großmeister ist der bruder von rasmus fahne aber auch schon sehr sehr stark 266 ist seine zahl vor der europameisterschaft er hat eine sehr starke europameisterschaft er klopft jetzt schon an die 26 also der junge der ist der stark ich habe auch schon zweimal gegen verloren tatsächlich das letzte mal letztes jahr magdeburg und ja ich weiß gar nicht wann er das letzte mal eine partie verloren hat also frederick ist stark und spiele hier mit weiß e4 sitz janisch hat mich ein bisschen überrascht und e6 das hat mich noch mehr überrascht muss ich zugeben es war nicht so viel zeit für die vorbereitung frederick spielt viele eröffnungen und das hatte ich jetzt nicht vorbereitet hier dass er mit springer c6 spielt und das habe ich ein bisschen in schwierigkeiten gebracht denn ich wollte jetzt nicht seine vorbereitung sehen wenn ich jetzt springer c3 spiele gut er hat entweder a6 oder dame c7 hätte jetzt gespielt und ja ich wollte seine vorbereitung hier nicht sehen insofern habe ich gedacht ich überrasche ihn selber mit dem zugläufer f4 wer im stream dabei war den zug habe ich schon mal gespielt da habe ich gesagt ich spiele jetzt wie duda denn duda hat so gespielt gegen rap heute im kandidaten turnier aber um ehrlich zu sein ich weiß nicht viel über diesen zug nichtsdestotrotz dachte ich mir es ist besser wenn wir beide aus der vorbereitung sind dann spielen wir für schach und ich wusste der zug ist vernünftig ja hätte ich gewonnen die letzte partie hätte ich vier punkte gewonnen twizzle d6 so jetzt wird abgetauscht auf c6 und hier hat duda tatsächlich läufer d3 gespielt das wusste ich aber nicht mehr das bundesliga c4 habe ich gespielt das ist auch der hauptzug leider kannte das frederick noch und wusste dass turm b8 hier ein guter zug ist einmal den bauern befragen auf b2 und ich war hier schon komplett auf mich alleine gestellt und habe damit e2 gespielt und das ist tatsächlich bereits eine ungenauigkeit die dame sollte besser nach c2 gehen damit der läufer hier auch noch platz hat aber gut das wusste ich nicht dame d2 so jetzt springer f6 frederick wusste auch nicht wie man es ausnutzt wenn man es ausnutzen will dann spielt man e5 und jetzt sollte der läufer wohl nach g3 wo er nicht besonders gut steht denn wenn der läufer nach e3 zieht dann kann hier schwarz direkt mit f5 nachsetzen e schläger f5 und dann d5 das ist hier ein sehr starkes zentrum und weiß ist unter druck gut frederick hat springer f6 gemacht ich spiele springer c3 e5 so jetzt läuft e3 das habe ich richtig gespielt frederick hat das nach wie vor sehr schnell gespielt was mich überrascht hat weil das sind hier eigentlich nicht die besten züge und vielleicht hat er es irgendwie vertauscht keine ahnung springer g4 ja hier hätte ich sogar den bauern schlagen können scheinbar ja warum eigentlich nicht gut ich habe läufer g5 gespielt schauen wir uns mal läufer schlägt a7 an turm b7 und jetzt nicht läufer e3 dann bekommt er wirklich gute kompensationen ich muss mit dem f bauern schlagen damit der bauer hier gedeckt bleibt das sieht hässlich aus schwarz hat die läufer meine schwarzen felder sind schwach das sieht nicht so gut aus aber h3 ja hier habe ich ich habe nicht über diesen zug nachgedacht ich weiß auch nicht ob ich ihn sonst gespielt hätte denn auf diese stellung so eindeutig wäre mir das nicht wie das hier zu bewerten ist aber gut ich habe den freibauer das ist schon was wert auf der anderen seite ist mein könig ein bisschen schwach wenn ich hier kurz hochriere und weiß hat auch noch diesen zug springer h2 was für ein zug oder springer h2 wenn ich jetzt schlage verlege ich mein rochade recht aber ich kann den läufer zurückbringen springer schlägt auf 1 könig schlägt auf 1 aber gut hier habe ich einfach einen bauern mehr das sieht relativ gut aus ja ok gut ich war eigentlich auch recht zufrieden mit läufer g5 er spielt da am b6 und jetzt habe ich h3 gespielt das war richtig den springer vertreiben und er spielt f6 und ja ich spiele den läufer zurück nach h4 er spielt springer h6 aber hier habe ich einen fehler gemacht hier habe ich zu schnell gespielt ich dachte mir ich habe schon recht viel zeit verbraten ich mache jetzt mal flink b3 aber das ist ein fehler das ist ein fehler danke dir nitros danke dir ich sollte turn b1 spielen auch wenn es ein bisschen hässlich ist aber ich halte meine struktur ich sag mal ich schwäche meine schwarzen felder nicht das ist der entscheidende punkt und jetzt stehe ich hier besser läufer e7 vielleicht f3 den läufer zurückbringen sieht gut aus gegen gleich starke gegnern bekommt man fünf punkte dazu wenn man gewinnt so warum ist b3 ein fehler er hätte jetzt d5 spielen können und ich habe das gesehen während der partien ich habe echt ich habe angst gehabt dass er d5 spielt weil ich wusste das wird sehr unangenehm ist der läufer kommt nach b4 meine schwarzen felder sind zu schwach deshalb ich brauche den bauern auf b2 um den springer zu halten also jetzt c schlägt d5 läufer b4 das wäre es wäre schwer geworden es wäre schwer geworden a3 kann er d5 spielen schon die schwarzen felder der läufer deckt die schwarzen felder nicht das ist das problem und was ist der beste zugleich computer d schlägt sorry kam ein nießer oder doch nicht immer fünf punkte ja wenn ich genau gegen einen gleich starken gewinne kriege ich fünf punkte richie so ist es d schlägt c6 ach so hier dachte ich d4 aber das scheint nicht zu gehen warum nicht d4 turm c1 läufer schlägt c3 warum geht das nicht turm schlägt c3 d4 schach läufer e2 und den läufer darf man sich jetzt nicht holen ok c7 gewinnt ok ja gut das geht nicht das ist logisch das heißt so darf schwarz nicht spielen das heißt er schlägt zurück jetzt läufer c4 aber jetzt verliere ich auch den läufer oder was ist hier los takt d4 könig f1 damen schlägt h4 habe ich läufer b5 und das ist jetzt irgendwie ausgeglichen crazy könig f7 damen c7 könig läufer d7 schlägt schlägt um d1 könig e8 und jetzt g4 ja ok also wer soll diese varianten finden g4 ok crazy um die dame auszusperren oder wie ist doch ist doch verrückt hier ja also ich sag mal so mit dem zug d5 hätte er mich ganz schön unter druck gesetzt das heißt ich habe erstmal ich habe erstmal richtig ausgeatmet als läufer e6 kam weil ich wusste jetzt ok werde ich erstmal nicht überrannt läufer e2 läufer e7 hier war kurz drauf und dran f5 zu spielen den zug hätte ich eigentlich gerne gesehen er meinte er hat es dann nicht gespielt wegen f4 f4 ist möglich aber ich wollte läufer g5 spielen das das wäre besser gewesen auch läufer g5 f4 läufer schlägt h6 g6 läufer f5 ja ich dachte das muss gut sein für mich das ist auch besser für mich ähm gut er macht läufer e7 so und jetzt hätte ich simpel spielen sollen f3 den läufer zurückbringen f3 kurz hoch hde läufer f2 und da haben wir b7 kurz hoch hde und die struktur ist besser für mich der bauf d6 ist eine schwäche weiß schwarz komme nicht zu d5 der springer steht auch ein bisschen komisch ja wie geht es hier weiter a5 springer a4 springer f7 sagen wir mal achso jetzt hängt schon der bauer springer f7 turm fd1 turm d8 ich mach mal irgendwelche züge ich will einfach nur sehen wie wie der computer spielen will und jetzt hier irgendwie ein bisschen expandieren a3 a3 und b4 ja ist keine leichte stellung aber ein bisschen besser für weiß so was habe ich gemacht ich habe läufer h5 schach gespielt um jetzt hier die läufer zu tauschen aber das war das war gar nicht so eine tolle idee tatsächlich also rein prinzipiell ist es schon eine gute idee die läufer zu tauschen aber es geht auch mit einer leichten schwäche meiner stellung einher und war jetzt nicht optimal ähm auch hier könnte ich erstmal kurz hoch hde spielen keine eile so läufer g4 tak tak ok hier gibt es auch wieder verrückte variante die der computer vorschlägt gut frederik hat da ein b7 gespielt der computer sagt h5 g schickt h5 und jetzt d5 what the hell und dann läufer b4 auch wieder komplett dynamisch gespielt echt crazy crazy erst h5 dann d5 dann läufer b4 wow die schwarzen felder so ähm gut jetzt da ein b7 er wollte glaube ich läufer d8 läufer b6 vorbereiten ich habe turm c1 gespielt um nach läufer d8 springer a4 spielen zu können und dann c5 folgen zu lassen ich fand turm c1 recht sinnvoll ok kurze hoch hade so jetzt kurze hoch hade läufer d8 er will jetzt den läufer nach b6 bringen ich spiele springer a4 läufer b6 c5 das ist hier ein ganz typischer hebel um die schwarze struktur aufzureißen und dann hat jetzt schwarz hier schwächen ähm insofern ist das ein bisschen besser für mich dame e7 greift den springer an ich spiele dame c2 decke den springer turm d8 ja das haben wir beide recht gut gespielt hier diese phase f3 bringt den läufer zurück die fesselung ist unerheblich für den moment turm d6 läuft f2 springer g5 turm d1 das war auch richtig turm d8 aber jetzt b4 war nicht richtig ja da habe ich auch länger nachgedacht hier sechs minuten ähm ich müsste die türme tauschen turmstieg der 6 und diese stellung probieren b4 aber es ist jetzt auch nicht so viel ja es ist jetzt auch nicht so viel aber gut man kann das glaube ich schon länger spielen springer e6 dame c4 sagen wir könig f8 springer schlägt e6 dame schlägt e6 dame schlägt e6 dame schlägt e6 sowas zum beispiel so ein endspiel hier ja das kann man schon mal spielen vielleicht g5 im geeigneten moment ähm das kann man machen das ist das beste was ich erreichen kann um ehrlich zu sein das ist das beste was ich erreichen kann ich brauche die türme auf dem brett und ja das war einfach eine falsche strategische entscheidung hier von mir ähm ich dachte nach b4 auch wenn er die türme tauscht dass ich auch hier noch chancen habe aber es ist jetzt ist jetzt nicht mehr viel los leider ja ich brauche die schwerfigur noch auf dem brett ja gut er macht könig f7 mhm was mache ich a4 ja das sieht sinnvoll aus springer e6 dame b3 feste den springer und das hat er auch hier auch gut gespielt also jetzt dame d6 war denke ich auch sehr präzise gut er kann auch schlagen auf c5 läuft schlägt c5 dame d7 jetzt droht hier dame d2 aber ich spiele auf e3 habe alles im griff und ich dachte hier kann ich schon länger probieren gut objektiv sollte das im griffen aber ähm ja hier kann ich schon noch lange probieren Mario du siehst die Zeit eingeblendet unten rechts also hier im 32. Zug hatte ich jetzt noch 14 Minuten ne Zeitnot war das eher nicht also hier war das relativ entspannt er macht d6 ja möchte jetzt hier auch reinkommen König f1 ist der beste Zug ja gut aber das ist alles es ist alles Remi ja ja ich habe a5 überlegt aber dann schlägt er auf c5 und läuft schlägt c5 später dame d2 und nach König f1 kann er dame c1 spielen ja das wäre vielleicht ein besserer Versuch gewesen hier dame c1 König e2 jetzt wäre der beste Zug a6 ja a6 lauf e3 dame h1 aber hier muss er noch ein paar präzise Züge finden aber jetzt ist es wieder ja wieder Dauerschach ähm denn König g6 das war der Grund warum ich das nicht gespielt habe wegen König g6 wenn ich jetzt den Springer schlage und dann ist das Dauerschach da mit c2 ich komme hier nicht nicht mehr weg ähm das ist Dauerschach das war der Grund warum ich das nicht gespielt habe aber ich könnte hier die Partie fortsetzen äh mit Läufer e3 jetzt muss er Springer d4 machen Läufer schlägt d4 e schlägt d4 und jetzt König d3 bietet vielleicht noch ein bisschen Chance jetzt muss er c5 finden sonst steht weiß klar besser also es ist immer noch nicht so leicht aber c5 bc5 dame c5 ja das sollte dann doch Remi werden ähm ich könnte auch e5 hier probieren sogar ja ich hätte ich hätte das irgendwie hier probieren müssen ähm warum ist es Dauerschach war nochmal kurz die Frage naja weil es Dauerschach ist was soll ich dazu sagen hier Dame h6 König g3 Dame h4 ist eben Dauerschach Dame e1 Dame h4 so so also a5 das wäre der beste Versuch gewesen denke ich ich habe ja auch überlegt ob ich mit dem Bauern wieder schlage aber jetzt kann er auch Dame d2 machen ja es ist immer der König ist immer Dauerschach ne a5 und dann Läufer schlägt c5 war die beste Chance König f1 ja jetzt macht er König e7 und der Computer sagt jetzt hier noch Vorteil mit Dauerschach e6 aber das das habe ich gespielt das ist nix Bobby Dauerschach e6 gewinnt nicht mein Lieber das kann ich dir versprechen ähm ja gut wenn ich weiter spielen will dann sollte ich vor Springerstieg e6 spielen und ach ich kann sogar auf f2 schlagen ich dachte ich kann es auf g7 nehmen aber dann Dame d2 ja es ist zu viel Gegenspiel hier guten Abend Frank ja Bobby Fischer dazu kommen wir gleich es ist leider nicht gewonnen ähm aber gut ich kann auch schlagen Dame e6 Dame c2 aber dieses Damenenspiel es bietet auch absolut nichts insofern tja ähm gut ich habe ja was habe ich noch überlegt ich habe a5 noch überlegt hier Läufer c5 bc5 Springer c5 es ist auch alles immer ausgeglichen Dame c2 Springer d7 Läufer schlägt a7 habe ich überlegt aber jetzt c5 ich dachte wenn das schlief läuft kann ich das auch mal verlieren ja hier ist der einzige Zug Dame e2 ok das zeigt schon hier riskiert nur weiß nicht schwarz also das äh geht nicht gut das heißt ich habe Dame e6 gespielt Dame e6 Springer e6 ähm König e6 und das Problem ist jetzt hier auf den ersten Blick sieht das gut aus mit dem potenziell entfernten Freibauern aber nach König e2 ähm König d6 König d3 ähm sogar jeder Zug ist hier Remi wow aber ich dachte das einfachste wäre b5 wenn ich schlage ist offensichtlicherweise nichts mehr los und nach a5 ähm kann er auch also er kann sich jetzt er kann einfach abwarten er kann c5 spielen also es ist alles Remi quasi alles ja deshalb habe ich nicht die Läufe getauscht sondern Läufe e1 gespielt und gedacht vielleicht geht hier noch was aber es geht absolut nichts er spielt a6 König e2 er spielt g5 und ich komme nicht durch das war's König d3 König c4 es gibt absolut kein Durchkommen hier ich meine mein einziger Hebel ist b5 aber damit erreiche ich nichts dann tauschen sich hier die ganzen Bauern ab und dann wie soll es jetzt weitergehen das ist komplett Remi ähm deshalb habe ich hier Remi angeboten was er natürlich angenommen hat ja es war eine vernünftige Partie von uns beiden denke ich insgesamt eine gut gespielte Partie mit Chancen also er hatte einmal eine fette Chance in Vorteil zu kommen mit d5 und ich ja hatte ein bisschen Druck über Großteile der Partie aber er hat sich gut verteidigt und ich hätte die die Türme nicht tauschen dürfen oder nicht nicht beide Türme zumindest und das hat es ihm das Leben doch ein bisschen zu leicht gemacht ähm mein Verein hat zum Glück gewonnen da Valentin Dragnev äh in einer ausgeglichenen Stellung gekämpft hat bis zum Schluss gegen Ljubimine Tacznik und dann noch gewonnen hat und so haben wir viereinhalb dreieinhalb gewonnen jetzt haben wir acht Punkte acht Mannschaftspunkte und sind auf dem geteilten sechzehnten Platz geteilten zwölften Platz sorry mit vier anderen Klubs das ist richtig richtig eng und der zwölfte Platz ist noch ein Abstiegsplatz aber puh ja ist richtig richtig eng und ähm ähm wir haben natürlich noch wir haben natürlich noch alle Chancen die Liga zu halten es sind noch vier Matches und ähm ja hier absolut super ah ja dreizehnter Platz danke dir dreizehnter Platz nicht zwölfter Platz richtig 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 dreizehnter Platz punktgleich mit vier anderen Teams wird spannend und das das die nächste das nächste Wochenende ist in zwei Wochen die nächsten Runden Bobby Fischer fragt nochmal ist nach Läufer A3 noch was drin ja ich kann natürlich noch Läufer A3 spielen jetzt macht er einmal zieht er seinen König und dann geht es nicht mehr weiter hier geht es nicht weiter ok das war meine Partie gegen Frederiksfahne vernünftige Partie Krimi vernünftiges Ergebnis wo mehr drin war war natürlich die Partie gestern äh gegen nicht die Partie gestern gegen die Partie am Samstag gegen Gafrilescu ja da da war mehr drin aber die Partie war denke ich in Ordnung ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn dem so ist lasst gerne einen Daumen hoch da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke dann seid ihr hier immer up to date darüber hinaus wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet schaut euch einmal die YouTube Mitgliedschaft an alle Infos alle Vorteile davon findet ihr wenn ihr auf den Button klickt bis zum nächsten Mal